Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1623 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das gefällt mir. Ich bin zufrieden. So soll es sein. Das gefällt mir. Ich bin zufrieden. So soll es sein. Warum sitzt du mitten auf der Straße? Es könnte ein Auto kommen. Warum sitzt du mitten auf der Straße? Es könnte ein Auto kommen. Auf diesem Gerät tourne ich am liebsten barfuß. Auf diesem Gerät tourne ich am liebsten barfuß. Auf diesem Gerät tourne ich am liebsten barfuß. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Ein paar Meter von unserem Büro entfernt befindet sich ein Restaurant. Dort verbringen wir unsere Mittagspause. Ich muss den Patienten anrufen. Wasser ist Bestandteil aller Zellen und Körperflüssigkeiten und ein wichtiger Bestandteil von Stoffwechselvorgängen. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Ich bin immer noch im Büro, obwohl ich eine schlimme Erkältung habe. Ich bin immer noch im Büro, obwohl ich eine schlimme Erkältung habe. Ich bin immer noch im Büro, obwohl ich eine schlimme Erkältung habe. Für ein Modestudium an einer Universität oder Kunsthochschule mit Abschluss Bachelor oder Diplom benötigt man die allgemeine Hochschulreife. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das Lernen an der Uni fällt mir leicht und ich werde bald mein Examen machen können. Das Lernen an der Uni fällt mir leicht und ich werde bald mein Examen machen können. Ich bin so erleichtert, dass es funktioniert hat. Ein Stein fällt von meinem Herzen. Ich bin nicht so begeistert davon, dass die Schule wieder anfängt. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Ich konnte nicht widerstehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Ich konnte nicht widerstehen. Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Samira ist beim Zahnarzt. Nach der Behandlung betrachtet sie ihre Zähne im Spiegel. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Sprechen wir über das neue Projekt. Ich habe alle Unterlagen vor mir. Sprechen wir über das neue Projekt. Ich habe alle Unterlagen vor mir. Ich kann wenigstens einen weiteren Block darauf legen, bevor der Turm umkippt. Das muss ich mir genauer ansehen. Beide Packungen sehen ähnlich aus. Das muss ich mir genauer ansehen. Beide Packungen sehen ähnlich aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Beide Packungen sehen ähnlich aus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.